Moin Leute, heute zu einem Video, das wo wirklich nur zweigeteilt ist. Wir haben hier einen Aufzug, der sieht jetzt gar nicht so schlimm aus. Auf der Fahrt nach oben ist er auch nicht. Aber wenn man unten ist, der fährt so und dann hält und dann macht er es so unten. Ich habe eigentlich so Angst, damit zu fahren, wenn ich ehrlich bin. Leute, aber für euch mache ich das jetzt mal. Ich habe so Angst. Ich sage es euch. Leute. Sagt mir, dass ich noch lebe. Bitte Leute, sagt mir das. So, jetzt Achtung. Das ist heftig. Leute, hier ist der in Stuttgart-Mitte. Das ist zu heftig.